einen wunderschönen guten morgen liebe traderinnen und trader zu den heutigen handelsideen für den 25 juli 2018 mein name ist mike seidel und jeden morgen schauen wir hier gemeinsam auf die märkte und ich lade sie auch ein wenn sie like zuschauen wenn sie lust haben ihren wunschmarkt einmal besprechen zu lassen scheuen sie sich nicht stellen sie den markt ruhig gerne in den chat einfach hier auf facebook hinein und dann können wir direkt auch darauf eingehen ludger einen schönen guten morgen ich hoffe der handelstag gestern war erfolgreich wir hatten ja gestern eine schöne zeit hier bei uns zumindest die europäischen indizes konnten doch von den vorgaben des vortages der us märkte gut profitieren dann gab es noch gute nachrichten aus deutschland ich habe es heute morgen im blog eintrag auch geschrieben wir hatten gestern ja den einkaufsmanager index der ist besser ausgefallen als erwartet das hat dann natürlich hier die märkte auch noch weiter etwas beflügelt und damit mit guten kursgewinnen sozusagen den zweiten handelstag der woche auch beendet was steht heute auf der agenda zuerst der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren schauen wir auf die tagesnachrichten in den tagesnachrichten steht heute ganz groß auf der agenda hier bei uns in deutschland der info geschäftsklima index den gibt es um 10 uhr da gibt es dann auch noch die aktuelle lagereinschätzung für deutschland um 10 uhr dass die wichtigsten nachrichten hier um den bereich der wirtschaft in deutschland am nachmittag geht es in den usa um 16 uhr um das thema verkäufen neue häuser und um 16 uhr 30 gibt es dann wieder die rohöl lagerbestände hier wird mit einem rückgang gerechnet nach dem deutlichen zuwachs in der vorwoche mal sehen was hier der markt für uns bereithält und damit kommen wir auch direkt zu den blog bei zum blogbeitrag von heute ich schaue gerade mal dass ich ihn den noch mit reinhole hier direkt auf den schirm also wenn sie das noch nicht gemacht haben sie können natürlich immer hier auf facebook wenn sie hier live zu schauen und im facebook registriert sind auf der seite von ticmel den entsprechenden link klicken den ich jeden morgen sende oder aber sie gehen einfach auf die seite von ticmel da finden sie auch alle handelskonditionen die trading plattformen die handelsinstrumente so alles was sie zum traden wissen müssen und da gibt es auch den blog eintrag und im blog sehen sie dann entsprechend alle beiträge die wir hier für sie bereitgestellt haben und natürlich den aktuellsten obendrauf und sie sehen es geht um euro schweizer franken und wo wir da gerade beim schweizer franken sind diesmal gleich wieder auch mit um den schweizer aktienmarkt den smi 20 und wir haben das währungspaar britischer fund japanischer yen heute auf der uhr und da schauen wir gleich mal in die entsprechenden charts um zu sehen wie das leben hier gerade geht also hier haben wir die charts und wir haben hier den euro schweizer franken was ich markiert habe ist schön dieser schwarze aufwärtstrend den wir hier haben wir haben auch sehr schön die untergeordnete bewegung gesehen also den bewegungstrend sozusagen der ist jetzt gebrochen das ist völlig normal innerhalb einer korrektur und gestern hat es hier in der korrektur der markt hat jetzt ungefähr 50 prozent korrigiert ich messe das mal ganz kurz aus aber ich denke sind um die 50 prozent die wir hier haben ja genau wir sind bei 50 prozent korrektur level direkt auch angekommen das heißt wir haben jetzt hier eine schon gut fortgeschrittene korrektur und gestern gestern gab es hier ein signal dass der markt doch den wiederholten versuch gestartet hat sozusagen hier nach oben auszubrechen einen kurzen versuch hatten wir ja schon mal hier an dieser stelle wo der markt kurz hochlaufen wollte dann aber wieder direkt auch mit abverkauft hatten gestern nun gab es wieder ein signal dass der markt sich untergeordnet so ein bisschen leicht aufgebäumt hat und einen ersten versuch gestartet hat sozusagen einen weg nach oben zu finden hier kommt es jetzt darauf an wie der markt sich verhält was die marktheilnehmer machen weil die korrektur die kann natürlich noch tiefer laufen sollte sie dies tun haben wir hier unten entsprechend ein paar anlaufpunkte wir haben hier tagstiefs um die 1 15 6 3 5 und 1 15 doch ja und 1 15 5 2 3 liegen das sind hier so tagestiefregionen wo der markt ohne weiteres auch ran laufen kann er könnte ja rein theoretisch ohne diesen schwarzen trend zu zerstören sozusagen noch hier bis auf die 1 48 1 1 1 48 45 runterlaufen wäre jetzt kein beinbruch sozusagen für diesen schwarz eingezeichneten trend wäre dann halt eine sehr 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 tiefe korrektur in diesem bereich jetzt sind wir hier mittendrin heißt also wir schauen was der markt macht nach oben hin ist etwas potenzial auch da wir haben hier das vortages hoch sozusagen bei 1 16 4 1 5 gefolgt von dem nächsten tages auch bei 1 16 5 5 0 und hier haben wir die 1 16 7 0 1 bevor wir noch ein weiteres tages hoch haben bei 1 16 8 0 5 die stehen auch relativ nah beieinander deswegen habe ich die heute alle mal aufgeführt das heißt so nah beieinander stehende hochs von den tagen können halt für einiges an bewegung an dynamik sorgen und aus diesem grund ist das hier so spannend was wir jetzt hier sehen werden gucken wir uns das ganze doch einfach mal in der stunde an was hier gestern passiert ist sie sehen hier das ist dieses aufbäumen gewesen dieses erste aufbäumen einen trend nach oben gibt es jetzt hier noch nicht als es kommt jetzt wirklich darauf an was macht der markt hier entsprechend in zukunft läuft er nach oben haben wir hier bewegung korrektur und schub nach oben dann hätten wir wirklich einen schönen aufwärtstrend der dann wirklich in diese hochbereiche laufen kann die ich hier reingegeben hat hier hat man mal einen punkt das war das vortages hoch dann haben wir hier in diesem bereich hier in diesem bereich und die also sie sehen aus dem trendverlauf auch der untergeordneten zeit kann man sehr schön entsprechende marken raussuchen wo wir nach oben laufen könnten wichtig dabei ist es jetzt wirklich zu sehen der markt sollte dann auch nach oben laufen sozusagen hier mal wenigstens einen aufwärtstrend generieren das wären mal die ersten punkte die wir hier brauchen um den markt nach oben zu spiegeln ansonsten ist halt die gefahr da dass wir hier weitere korrekturen sehen heißt also wenn wir hier unten drunter laufen unter diesem bereich und dieses tief was wir hier sehen bei 1 15 9 5 2 ungefähr dann haben wir wirklich ja hier diesen bereich diese korrektur tiefs offen wo wir auch relativ schnell rein laufen könnten das wie schon gesagt auf der unterseite dann würde sich hier dieser bestehende aufwärtstrend entsprechend auch fortsetzen das wäre dann etwas das dann die ja tiefere korrektur befeuern würde wo wir dann entsprechend möglicherweise erst später in die long richtung reingehen können und das potenzial etwas nach unten ausreizen können und das ist auch wieder ein punkt an liebe zuschauerinnen und zuschauer wo man auch die zeitliche komponente nicht außer acht lassen sollte heißt also in den kleinen kurzfristigen zeitanheiten hat man hier ganz andere ansätze das heißt wenn der markt nach unten springt dann hat man im kurzfristigen bereich doch eventuell die chance hier unten diesen bruch zu schweden er und ein stück weit dynamik nach unten mitzunehmen da wird sich zeigen was wir hier entsprechend auch sehen werden und damit würde ich sagen gehen wir gleich einmal zum schweizer aktienmarkt hinüber der swiss 20 ist hier also swiss 20 ist das symbol was wir hier im metatrader dafür haben so ich rufe es gleich mal auf hier sehen wir das ganze und was wir hier sehen ist entsprechend auch wieder ein bisschen korrelation zwischen dem schweizer franken euro und dem schweizer aktienmarkt sie sehen der schweizer franken ist die letzte tage etwas unter druck geraten der kurs des entsprechenden indizes ist gestiegen und umgekehrt das heißt hier ist etwas an korrelation auch da und was jetzt hier an diesem markt interessant ist schauen sie wir verharrten hier gestern erneut wieder einmal in diesem level um die tageshochs bei 9022 bis 9025 ist dieses level hier oben dieses widerstands level da ist der markt gestern erneut reingelaufen und hat ja sagen wir mal so eine kerze hinterlassen wo man gesehen hat okay so richtig grün sind sich die investoren jetzt nicht soll es weiter nach oben gehen oder weiter nach unten ist so ein bisschen eine abwartende haltung das heißt hier in diesem bereich wir haben einen blau eingezeichneten aufwärtstrend hier am laufen der weit in seiner bewegung steht so eine bewegung kann auch immer korrigiert werden heißt also hier vom prinzip dass wir hier eine korrektur nach unten sehen können wenn dieser abprall etwas nachhaltig wird der erste anlaufpunkt wären dann hier die 8917 punkte marke nach unten hin gefolgt hier von diesem bereich um die 8853 also in dem oberen bereich haben wir zwei drei zwei sind zwei relativ eng aneinander liegende tagestiefs gefolgt von diesem tagestief hier unten bis hier runter könnte der markt auch noch korrigieren also man muss sehen was wird auf alle fälle ist es jetzt spannend was hier oben passiert wie schon gesagt die korrektur könnte den markt etwas unterdruck nach unten bringen das wäre das eine das andere wäre aber dass der markt hier unten einfach noch mal so ein bisschen kraft schöpft sozusagen um dann den nächsten schub nach oben zu wagen ohne jetzt tief zu korrigieren das wäre dann das szenario dass wir hier oben drüber laufen also über die über diesen hochpunkt den wir hier drüben hatten bei 9025 punkten und da sehen sie schon hier bei 9060 punkten ist der nächste anlaufpunkt der liegt relativ nah dran und der kann hat auch gewuppt werden und dann könnte dynamik in den markt hineinkommen mittelfristig als nächste anlaufmarke werden dann die 9181 punkte hier die wir am fünften mai als tages hoch entsprechend auch hatten das wäre dann mal auf der oberseite für ein sag ich mal zeitnahes aufwärts gerichtetes szenario definitiv auch der fall also hier bleibt spannend weil wenn man sich die große sag ich mal wie man so schön sagt die große schatzsituation anschaut dann haben wir hier halt noch einen nach unten laufenden markt aber hier ist die korrektur schon sehr sehr weit vorangeschritten wenn man das mal so sieht dieser trend hier der nach unten gelaufen ist ist auch definitiv gebrochen also der letzte schub hier ist rausgenommen worden und jetzt ist es wirklich wichtig was passiert hier oben schafft das drüber ist dieses ganze szenario hier was vorher gewesen ist dieses stark abwärts gerichtete szenario deutlich hinter sich gelassen und sie sehen halt auch die dynamik ist halt entsprechend auch da wir haben immer sehr sehr weite rückläufe und unten raus kommt dann viel viel weniger verglichen mit dem was oben bei rauskommt das heißt wir haben ja gut die chance wenn der markt positiv sich entwickelt dass das ganze szenario hinter sich gelassen wird und wir dann aufwärts gerichtete märkte sehen wir müssen es abwarten was der markt hier macht das bleibt noch offen sollte es allerdings hier wieder wirklich zu einem abrall kommen und zu einem nachfristigen kursrutsch nach unten dann sehen wir auch was das ding hier an potenzial hat also wenn dieser markt dann seinem verhalten auch treu bleibt ja und er entscheidet sich jetzt hier das war es da oben jetzt gehen wir erstmal wieder runter dann haben wir halt nach unten hin so viel potenzial wenn das verhalten gleich bleibt dass das auch nicht außer acht zu lassen ist das heißt wir sind jetzt hier schon in einem sehr sehr interessanten bereich den wir auf alle fälle auch mal im auge behalten sollten und damit würde ich gerne zum dritten part heute gehen das ist das währungspaar britischer fund japanischer yen auch wieder mit blick in den tageschart hinein hier gestern hervorragend ich mag solche setups sehr sehr doll warum wir haben hier einen aufwärtstrend dieser aufwärtstrend ist sehr tief korrigiert wurden und gestern gab es sozusagen das reversal pattern ein umkehrmuster was wir hier im markt hatten der markt hat uns gezeigt guck mal hin hier unten wird es interessant wir schauen doch mal dass wir einfach wieder auf steigende preise setzen und dann zack ging das los die tageskerze von gestern wurde heute schon bestätigt wir notieren mittlerweile am hoch der kerze vom montag ist halt schön das sind die kurzfristigen anlaufziele wenn das teilgenommen wird dann steht das nächste tageshoch hier schon bei 146 686 als kurzfristiger anlaufpunkt diejenigen die den swing mitnehmen wollen nach oben hin unter der voraussetzung dass dieser trend sich sozusagen fortsetzt der hat dann natürlich erst mal das ziel hier oben bei 149 332 und dahin liegen halt einige dinge noch auf dem weg hier zum beispiel das tageshoch vom 19 juli bei 147 588 und diejenigen von ihnen die mich kennen ich schaue da liebend gern mal in die kleineren zeiteinheiten rein um einfach zu schauen wie hat sich denn die abwärtsbewegung entwickelt und siehe da wir sehen hier einen traumhaft laufenden abwärtstrend und dieser abwärtstrend ist mittlerweile gebrochen wir haben hier untergeordnet einen aufwärtstrend laufen die anlaufpunkte hier stehen dann sozusagen auch schon da hier ich mag hier das mal ganz kurz für sie also wir fangen mal oben an hier nummer eins nummer zwei dann haben wir hier nummer drei nummer vier die wir im chart haben hier noch was großes in diesem markt hier zack dort oben sozusagen anlaufpunkte also immer die schönen korrekturhochs die man in den märkten das sind tolle anlaufpunkte und die kann man durchaus auch einfach mal so als zielmarken nehmen wie sie hier natürlich auch mit an diesen punkten kann halt immer etwas an bewegung entstehen und das sind doch tolle tolle sag ich mal zielmarken wo wir sehen können wenn es hier zu einem markt kommt der nach oben läuft dann kann man diesen markt sehr sehr schön dazu nutzen das ganze auch nach oben zu traden hier haben wir jetzt schön den laufenden aufwärtstrend der mag sich jetzt auch bald fortsetzen wenn er hier oben drüber geht das ist alles schick was natürlich auch passieren kann ist dass wir jetzt zum einen erstmal eine dynamische aufwärtsbewegung gesehen haben die sich trendförmig entwickelt hat dass es danach etwas an kursrücksetzer gibt und wir dann noch einmal durchstarten und einen etwas größeren aufwärtstrend in diesem bereich bilden das auch im bereich des möglichen aus diesem grund schauen wir einfach hin was hier passiert die setups sind ganz klar immer trendförmig zu spielen zumindest sollten sie wissen wie der aktuelle trend ist damit das ganze auch für sie im trend genutzt werden kann und dann hier schön nach oben mit dem markt entsprechend mit laufen ich habe nach unten hin falls hier dieses signal nicht getriggert werden sollte und der markt sich sagt okay es war jetzt nicht so gut nach oben wir machen jetzt mal den weg nach unten auf der unterseite steht die nächste unterstützung bei 145 250 hier um die tagestiefs die wir hier vorne hatten beziehungsweise dann hier unten ist die unterstützung das aktuelle trend tief bei 143 773 das nur informationshalber falls der markt sich entscheiden sollte doch wieder nach unten rum zu drehen im kurzfristigen szenario haben wir hier die positive seite bespielt das aktuelles szenario läuft hier nach oben bleibt die stärke erhalten würde ich persönlich eher den weg nach oben präferieren aber das ist meine eigene meinung möchte hier keinen einen kauf oder verkauf empfinden sondern einfach nur auf die interessante situation in dieser währung hinweisen und damit ist das ganze für sich auch erklärt jetzt schaue ich noch mal in den chat oben hinein ich sehe fragen gibt es aktuell noch keine von der seite her würde ich ganz gerne noch mal schnell auf die situation im öl auch schauen wir bekommen ja heute öl nachrichten um 16 uhr 30 und hier sehen wir sozusagen die situation die wir hier im chat vom wti auch haben wir haben den wti ja die letzten mal schon ja sag ich mal gut besprochen wir haben hier oben um die marke von 70 dollar 25 momentan einen bereich wo der markt nicht so richtig drüber will ja das ist da oben wird die luft wahrscheinlich aktuell zu dünn wir hatten ja auch an hier eine kleine trading range an die ich gestern mit besprochen hatte die dann schön nach oben aufgelöst wurde diese ranges diese flachen ranges an hier sind wir jetzt wieder im oberen bereich der markt ist hier gestern schön nach oben gestiegen hat aber hier oben wieder ausgebremst das heißt hier oben wird die luft dünn um diese marke jetzt sind wir wieder hier in diesem bereich also es bleibt hier oben relativ spannend was der markt weitermacht dieser ölmarkt kommt ein bisschen auch auf die zahlen drauf an auch so wir haben ja das letzte mal auch gesehen wenn die opec sich mal äußert zu fördererhöhung förderer reduzierung und so weiter und so fort das hat mittlerweile wieder guten impact auf die ölpreise an sich und das was wir jetzt hier sehen ist halt im kurzfristigen bereich die korrektur der übergeordneten situation weil sie sehen sie wir hatten hier bewegung korrektur wir hatten hier den schub nach unten jetzt haben wir hier entsprechend die korrektur es kann wirklich sein dass hier oben der widerstand zu groß wird und der markt wieder etwas nach unten rumdreht und die preise sich weiter etwas verbilligen wie schon gesagt hier unten ist jetzt mal dieses dieser tiefbereich hier um die so was haben wir 68 71 also um die 68 70 68 80 haben wir den unteren bereich wo der markt so ein bisschen sich immer wieder nach oben entwickelt hat das sind so bereiche die wir hier beachten sollten so das ist so diese seitwärtsphase sozusagen so ein schwung von etwas weniger als zwei dollar nach unten hin ist dann das nächste tagestief bei 67 80 bevor wir hier unten diesen großen bereich haben wo der markt hier ausgebrochen ist bei 67 um die was haben wir hier 67 12 war hier das hoch dieser kerze vom 14.06 das wäre dann ein support wo der markt ja schon mal rumgedreht hat also wir sollten das ganze gut auf der uhr haben und wirklich auch aufpassen was heute nachmittag um 16 30 hier auf seiten der rohöl lager bestände in den usa aus dem markt oder auf dem markt gebracht wird gut also an dieser stelle einen herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit ich wünsche allen schöne trades freue mich dass wir heute wieder einige live zuschauer auch dabei hatten wir hören und lesen morgen wieder voneinander spätestens um 8 uhr gibt es den blog eintrag und um 8.30 sehen wir uns dann hier live wieder auf facebook live bei ticmeldeutsch bis dahin wünsche ich ihnen gute trades eine tolle zeit und bis morgen ihr mike seidel das gleiche